Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Flo und Benze. Ich bin der Flo und in der heutigen Episode 21 geht es um das Prinzip Hire Slow and Fire Fast. Was sich zunächst anhört wie der ärgste Raubtierkapitalismus entbubbt sich beim näheren Hinschauen, aber eigentlich als sehr sozial und auch durchaus menschlich. Warum das so ist, das wollen wir euch in dieser Folge zeigen und wünschen euch dabei viel Spaß. Die Thematik, die ich ja diesmal quasi mitbringe, hat sich bei mir so nebenbei die letzten paar Aufnahmen, die wir so gemacht haben, irgendwie herausentwickelt, weil wir ja irgendwie jetzt vermehrt über Onboarding gesprochen haben, beziehungsweise dann auch generell über Teambuilding, ein bisschen über Teambuilding, noch nicht super im Detail, aber wir haben es trotzdem so mitfließen lassen in diesem Onboarding-Thema. Und da ist mir irgendwie noch, ich weiß gar nicht wieso genau, aber irgendwie dieses Onboarding ist ja so ein Riesenthema gewesen, über das wir gesprochen haben. Und dann ist mir wieder bewusst geworden oder mir eingefallen, worüber wir vor Ewigkeiten schon mal gesprochen haben, also noch wirklich weit, weit vor dem Podcast. Das war noch damals in Trainerzeiten sozusagen, wo wir lustigerweise auch den Greg McKeon schon mal irgendwie benutzt haben, um quasi für die Arbeit irgendwas zu nutzen. Nämlich den Prozess vor dem Onboarding. Weil Onboarding bedeutet ja schon, man hat quasi neue Mitarbeitende in das Unternehmen gebracht oder in das Team gebracht. Und dann geht es ja darum, wie kann ich die in das Team tatsächlich eingliedern. Und spannend ist ja eigentlich, was davor passiert. Und den Artikel, den werden wir auch in der Beschreibung verlinken, läuft unter dem Konzept Hire Slow Fire Fast. Das heißt, nicht schnell anstellen. Und er beginnt, glaube ich, auch seinen Artikel mit dem ganz netten Beispiel, dass er meint, dass viele Startups das genau umgekehrt machen. Also quasi ganz schnell Leute anstellen und dann sehr, sehr langsam wieder loswerden. Obwohl es offensichtlich nicht zu funktionieren scheint. Was natürlich ein Lose-Lose ist auf der Ebene, weil die falsche Person angestellt und dann wird man diese falsche Person auch nicht los. Und ich habe dann, irgendwie ist mir der Artikel wieder eingefallen und dann habe ich nochmal gelesen und habe mir gedacht, das könnte man eigentlich sehr gut als Thema nehmen. Weil so im Nachhinein, jetzt nach ein paar Jahren nochmal lesen, beziehungsweise auch die Themen, die wir davor hatten, ist mir irgendwie bewusst geworden, auch da, wie viele Stufen oder Schritte man da durchlaufen muss, bereits in oder vor diesem Onboarding-Prozess konkret. Weil es ja auch bei diesem Konzept von McKeon ja quasi darum geht, dass man die Personen langsam, unter Anführungsstrichen langsam, einarbeitet. Und gar nicht einarbeitet, sondern ich glaube, so ein Beispiel ist auch, oder ein paar Beispiele, die er nennt, gehen irgendwie in die Richtung von, dass man einfach Menschen zu sich holt, dass sie mal ein oder zwei Tage arbeiten und dann erst entscheidet, ob man überhaupt diesen Einstellungsprozess weitergehen möchte. Und das finde ich eigentlich auch ganz interessant, weil da sind wir eigentlich bei ganz vielen Dingen, die wir immer wieder so ein bisschen eingeworfen haben, nämlich, ist aus dem Team heraus überhaupt das Teamgefüge schon fest genug oder klar? Und auf der anderen Seite, wie möchte man das dann überhaupt als Prozess quasi gestalten, sozusagen dieses Teambuilding? Also woher weiß ich, dass die Person in die, ich sage jetzt mal, Unternehmenskultur passt? Weil ja das Ganze nur dann funktionieren kann, wenn man schon eine halbwegs stabile Team, eben ein halbwegs stabiles Teamgefüge hat, damit ich diesen langsamen Einstellungsprozess sozusagen, wenn man das jetzt direkt übersetzt, sinnvoll gestalten kann. Ja, weil ich mir, also ich muss ja quasi, wie wir es auch bei ein paar Sachen schon gesagt haben, ich muss ja das evaluieren können oder vergleichen können, dass das dem entspricht, was ich mir vorstelle, zum Beispiel eben als Führungskraft. Ich muss ja als Führungskraft quasi wissen, wie mein Team aufgebaut werden sollte oder aufgebaut sein sollte, damit ich neue Menschen reinbringen kann. Also ich kann nicht erwarten, dass die neuen Personen, die reinkommen, für mich mein Team formen. Und das finde ich eigentlich ein ganz interessantes Thema, wo wir ja noch in ganz unterschiedliche Bereiche kommen können, aber dass wir vielleicht die zwei Sachen, nämlich dieses Hire Slow und dann das Fire Fast nochmal versuchen runterzubrechen auf die Themen, die wir schon bisher hatten. Aber vielleicht nochmal genauer reinzugehen, was das denn heißt, auch so als Team gesehen, weil das ist ja eine massive Teamgeschichte. Es hängt ja nie nur von einer Person ab, also weder von der Person, die eingestellt wird, noch von der Führungskraft. Also das ist ja auch das Firing, wie er es dann beschreibt, das sind ja quasi alles längere Prozesse, die jetzt nie nur von der Führungskraft abhängen, sondern da muss quasi das Team gesamt mitwirken sozusagen, weil es ja darum geht, dass man auch entsprechend kommunizieren kann, was denn nicht gepasst hat oder wieso man denn die Person nicht möchte und die Person auch möglichst gut in die nächste Phase bringen. Also die Person, die man eben in Anführungsstrichen feuert, die möchte man quasi in die nächste Phase weiterbringen und das muss quasi die Führungskraft und das Team machen, weil man will ja nicht einfach nur die Person zuvor ignorieren, sondern man muss ja, wie wir es oft sagen, auf einer menschlichen Ebene das Ganze angehen und man möchte der Person helfen, dann vielleicht in einem Team unterzukommen, wo die Person besser hineinpasst und nicht einfach nur loswerden. Und ich finde eigentlich die zwei Bereiche ganz interessant. Wo wir, glaube ich, spannende Fahrgestellungen irgendwie auch noch entwickeln können, wie man das vielleicht auf unterschiedlichen Ebenen tatsächlich umsetzen kann. Jasi, was sind deine Erinnerungen noch an den Artikel, wie wir den damals vor Ewigkeiten ja schon gelesen haben, wo wir eben da, ich kann mich noch erinnern, das ist ja quasi wirklich noch, da waren wir noch ganz viel als Trainer beschäftigt und haben uns selbst da über nicht nur Teamgestaltung, sondern vor allem quasi Trainerstabgestaltung haben Gedanken gemacht. Und das war eigentlich sehr interessant, das zu lesen. Das stimmt, das stimmt. Ja, da waren jetzt so viele Gedanken. Ich möchte vielleicht einen einfach herausgreifen und auf dem einmal aufbauen. Das war, dass nur weil es bei wem in einem Team oder mit diesem speziellen Team und dem speziellen Mitarbeiter nicht passt, dass das ja noch lange nichts über die Person aussagt, wie die jetzt vielleicht arbeitet oder wie die einfach, was deren Möglichkeiten sind, sondern dass es einfach für diese spezielle Situation nicht passt. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, das auch der Person mitzugeben entsprechend, damit du sozusagen nicht dort irgendwie massiv auf das Selbstbewusstsein zum Beispiel einwirkst. Einfach aus der Tatsache heraus, ist natürlich eine herausfordernde Situation für den Menschen, weil wenn du einfach jetzt wo anfängst und da vielleicht große Hoffnungen und Erwartungen daran steckst und knüpfst auch an diese neue Position und dann nach zwei Wochen sagt dir jemand so, du, tut uns leid, aber morgen brauchst du dann nicht mehr kommen. Das ist natürlich eine sehr schwierige Situation, wenn das nicht entsprechend mit Verantwortung gehandelt wird. Und ich glaube aber gleichzeitig, und er bringt ja da in diesem Artikel auch ein Beispiel, was man natürlich als anekdotischen Beweis vielleicht jetzt hernehmen kann, aber einfach wo er sieht, in dem Moment war diese andere Person, dieser Neue erleichtert geradezu darüber, dass das sozusagen nicht nur er das erkannt hat, dass es da vielleicht nicht passt und dass es für ihn andere Möglichkeiten geben muss. Und ich glaube, das kann man in einem guten Gespräch, wenn man da entsprechend erfahren ist, sicher gut rüberbringen und erklären, warum es in dieser speziellen Situation jetzt einfach nicht passt. Und ich glaube, das kann, vielleicht war das sogar das gleiche Beispiel, aber was ich da auch sehr interessant fand als Konzept, sich das überhaupt zu überlegen, dass man es auch so machen kann, wäre dann eben, natürlich anekdotisch, aber die Idee ist quasi die gleiche, dass man eben die Person unterstützt im nächsten Schritt. Also man ist jetzt nicht irgendwie verfeindet mit der Person, sondern ja, es hat halt irgendwie von irgendeinem Gefühl her nicht gepasst in diesem Team. Aber das Beispiel, was er auch bringt, ist ja eigentlich auch ganz lustig mit, man ist dann am Abend noch gemeinsam trinken gegangen. Was wieder, kann jetzt eine erfundene Geschichte sein oder nicht, aber ich finde, die Grundidee ist die absolut richtige, nämlich man muss auf dieser menschlichen Ebene dann mit der Person auch umgehen und einfach sagen, ja, das hat jetzt bei uns nicht geklappt, aber vielleicht kann man auch den Prozess als Entwicklungsschritt für die nächste Phase dann im Leben oder halt in der nächsten Arbeitsstelle lösen. Und das ist ja irgendwie, das ist ja so eine, eigentlich eine Mindset-Geschichte, wo wir auch gesagt haben, ja, sagen. Ich wollte genau auf das hinaus, weil ich glaube, es heißt doch offiziell Outplacement-Beratung oder so, also sozusagen der Hilfe. Und ich glaube, warum das so wichtig ist oder warum das so helfen kann, ist, weil das einfach ein Riesenschritt, eine Riesenmöglichkeit dazu ist, dich selber weiterzuentwickeln und dich vielleicht ein bisschen besser kennenzulernen auf dieser Ecke. Einfach, warum hat das dort nicht geklappt? Was war da der Grund, dass das eine schwierige Situation dort war? Und das sind natürlich Möglichkeiten, wie du über dich selber und was du auch für dich brauchst, also eben alles, was damit zu tun hat, mit dieser Persönlichkeitsentwicklung. Was brauchst du, um gut ins Arbeiten zu kommen? Was für ein Umfeld brauchst du? Was für Anreize zum Beispiel auch, also so Impulse aus dem Team heraus kannst du brauchen? Und ich glaube, wenn man da sozusagen wen unterstützt, also ich meine, erstens, Karma wird auf deiner Seite sein, wenn du so etwas tust mit deinen Mitarbeitern, die eben nicht ins Team passen. Weil in Wahrheit, Jocko würde ja wieder sagen, das ist natürlich in deiner Verantwortung. Wie konntest du jemals wen einstellen, der so offensichtlich dann nicht ins Team hineinpasst? Ja, ja, ja. Selbstvertrauen komplett ungerechtfertigterweise, weil im nächsten Team kann er ein wunderbarer Mitarbeiter und eine tolle Kraft sein sozusagen für die nächste Firma oder vielleicht sogar in derselben Firma für eine andere Abteilung, Team oder ähnliches. Was ich da noch hinzufügen würde, ist genau der Punkt für quasi die Führungskraft, die dann, die das vielleicht nicht, unter Anführungszeichen, so menschlich handhaben würde. Man muss sich ja mal vorstellen, was das eben für das Teamgefüge, das da bleibt oder für diese, nennen wir wieder Unternehmenskultur, weiter bedeutet. Weil man muss sich das ja nur überlegen, was spielt sich dann quasi in den Köpfen der noch sozusagen vorhandenen Mitarbeitenden ab, wenn sie sehen, okay, da hat irgendjemand neu quasi ein Tryout gehabt sozusagen oder halt eine Probezeit und ist dann sang- und klanglos quasi entlassen worden ohne ein Wort, sondern ja, eben wie du das Beispiel vorhin gesagt hast, der ein Anruf, ja übrigens, du brauchst morgen nicht mehr kommen und bitte lösche meine Nummer und sofort blockieren und auf Wiedersehen. Also da muss man sich ja nur vorstellen, was macht das für die restlichen Mitarbeitenden in dem Team? Also das ist ja, da schürt man ja eher eine Angst, was denn passiert, wenn man irgendwann mal was Schlechtes machen sollte in der Arbeit. Und das führt ja bei uns dann wieder zu ganz anderen Überlegungen, die wir schon immer wieder formuliert haben, nämlich One-on-One-Gespräche, Verantwortung geben, Verantwortung nehmen, aber auch quasi diese Kommunikationskultur muss ja eine offene und eine positive sein. Und das führt dann eben genau zum Gegenteil. Wenn nämlich irgendjemand sieht von außen, oh, okay, wenn ich da einen Fehler mache, werde ich dann genauso, in Anführungsstrichen, brutal entlassen wie die neue Person, die nach der Probezeit weg war und dann ist schon ein negatives Mindset oder Mindset, aber das ist ein Gefühl, das ich dann sehr schnell einschleichen kann, das dann sehr negative Auswirkungen haben kann auf alle möglichen Ebenen. Und das finde ich auch ganz wichtig mitzunehmen, dass das nicht nur auf die Person wirkt, die man eben nicht ins Team gebracht hat, aber natürlich auch auf das Team selbst. Ich glaube, du hast da einen ganz wichtigen Punkt herausgearbeitet, dass nämlich die Auswirkung dessen, wie du mit dieser Person umgehst, sei es jetzt, dass du sie eben entlassen musst dann oder sei es auch, dass du sie behaltest, dass das eine massive Auswirkung auf dein Team hat, weil so viele Denkmöglichkeiten hier offen sind. Auf der einen Seite denkt sich vielleicht jeder, naja, seid mir nicht böse, aber der passt doch überhaupt nicht zu uns ins Team rein. Wieso darf der da weiter tun oder wieso tun wir uns das an? Es gibt auch die Möglichkeit, dass der vielleicht schlecht oder noch nicht oder nie seine Leistung bringt und gleichzeitig denkt sich auch jeder, naja, warum haben wir den jetzt da? Also ich glaube, die Auswirkung auf das Team und auch der Umgang im negativen Fall, so wie du das jetzt auch dargestellt hast, der ist wirklich ganz essentiell und zeigt viel eben über all das, was wir auch schon öfters sprechen, also über die Führungskultur, über den Umgang mit Mitarbeitern und all das. Und das sind alles Sachen, die man natürlich nicht möchte und deswegen gilt es da, glaube ich, sehr große Sorgfalt zu wahren und das einfach richtig zu machen. Und richtig heißt halt, wie immer, sehr wertschätzend, vorausschauend, auch ein bisschen im Sinn von, wo soll das eigentlich hinführen? Also wenn ich mir jetzt einfach vor die Tür setze, was denken sich dann alle anderen? So, ja, richtig, die denken sich alle, aha, okay, in so einer Firma arbeite ich, das wusste ich gar nicht. Und das wird nirgends hinführen, wo man hin möchte eigentlich. Ja, was mir noch eingefallen ist, was finde ich eine interessante Frage wäre, ob man bei so einem, ich weiß gar nicht, was da ein gutes Wort dafür wäre, bei diesem Ausscheidungsprozess aus der Probephase, nenne ich das jetzt mal sehr umständlich, wie sehr man da natürlich das, weil wir sagen ja, wir sagen jetzt die ganze Zeit, dass das Auswirkungen auf das Team auch haben wird oder kann, egal welche, natürlich egal welche, welche Entscheidung man trifft. Aber ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie sehr man denn auch das Team einbinden möchte in diese Entscheidungsfindung, weil ich kann über mehrere Sachen, also ich könnte in mehrere Richtungen gehen und mich würde jetzt interessieren, in welche Richtung du eher tendierst. Aber natürlich muss quasi die neue Personen mit dem Team dann arbeiten. Das heißt, es wäre durchaus wichtig, von dem Team konkretes Feedback über die Person zu bekommen. Aber gleichzeitig haben wir auch immer gesagt, naja, es gibt ja schon auch einen Sinn dafür, wieso Führungsgeister vielleicht eine Führungskraft sind. Vielleicht wegen dem Überblick, vielleicht weil man andere Perspektiven hat auf quasi das Team selber. Sprich, dass die Führungskraft natürlich diese Entscheidung primär trifft. Aber da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher, wie sehr man das aufmachen kann, den Prozess. Ja, ich habe da auch noch keine sehr abgeschlossene Meinung zu dem Thema, weil auf der einen Seite habe ich es jetzt schon ein paar Mal erlebt und finde es auch sehr spannend, dass durchaus einige Mitarbeiter, also je nachdem, wie groß das Team halt ist, sich den oder die Neune neu mal anschauen und auch da Kontakt haben im Rahmen einer Vorstellungsrunde oder zum Beispiel, es gibt ja im technischen Bereich oft so, wo du, nennen wir es mal, Tests machst oder Beispiele lösen musst und da halt mit dabei sind. Beziehungsweise dieses Beispiel mit den Probetagen und so, das ist dann natürlich auch viel enger Kontakt da und ich würde prinzipiell schon davon ausgehen, dass das sehr vorteilhaft ist, wenn dann irgendwer sagen kann, hey, ist das irgendwie komisch, ich habe da ein komisches Gefühl. Die Frage ist natürlich, wir können dann alle nicht in die Glaskugel reinschauen. Wie weit da natürlich erstens sich jemand sagen traut, na, ich weiß nicht, das kommt mir jetzt komisch vor. Also wie viel Gewicht gibt man dann auch diesen Meinungen und traut sich überhaupt jemand aus Mitarbeitersicht zu sagen, ich weiß nicht, ich würde da jetzt die Notbremse ziehen, weil für mich würde es nicht passen oder so. Wobei, also finde ich einen super Punkt, nur da finde ich es halt wieder eigentlich so spannend zu hören, dass quasi die Bedenken, die du jetzt quasi geäußert hast, die würden sich ja insofern abfedern lassen, wenn man eine entsprechende Unternehmenskultur schon hat. Weil wenn wir jetzt quasi den Bogen ganz weit aufmachen, dann sind wir tatsächlich bei unseren Ideen zu diesen One-on-One-Gesprächen. Weil letztendlich ging es ja uns bei den One-on-One-Gesprächen darum, dass eine offene Kommunikationskultur entsteht mit quasi auch einem bestimmten Vertrauen untereinander. Und wenn das quasi schon in diesem Team besteht, dann würde ich das gar nicht so als großes Problem sehen, ob sich jemand traut, etwas zu sagen. Weil wir gehen ja davon aus, dass spätestens in einem One-on-One-Gespräch würde die Person der Führungskraft dann sagen, ja, aber ich habe da kein gutes Gefühl. Dann kann man da vielleicht ins Gespräch kommen über wieso denn nicht. Aber schwierig. Ja, ich weiß aber gar nicht, ob du da jetzt auf der richtigen Fährte von mir bist. Ich würde weniger sagen, nicht im Sinn von, ich traue mich nicht, sondern im Sinn von, ich habe doch keine Ahnung, wenn ich mit jemandem eine halbe Stunde Zeit verbringe, ob ich irgendwie richtig liege mit meiner Vermutung. Und das meine ich mit Trauen. Also zu sagen, also nicht böse mit all dem, was ich weiß. Ich habe keine Ahnung, ob ich diese Person irgendwie so einschätzen könnte, dass ich es mir erlauben kann zu sagen, das ist die absolut richtige Person oder das ist die absolut falsche Person für diese Stelle, für diesen Job. Den Aspekt habe ich, glaube ich, eher gemeint und wollte ich rausarbeiten. Ja, wobei, also wenn man so sagt, dann, woher soll das die Führungskraft dann wissen? Das dachte ich mir auch gerade, ja, richtig. Nein, aber das ist ja schon gut, weil ich denke mir jetzt nämlich, dass ich den Lösungsansatz, den ich für dieses Problem sehen würde mit, woher sollte irgendeine Person, egal auf welcher Stufe einschätzen können, was diese Person quasi, ob sie reinpasst, liegt finde ich massiv an dem Verständnis des Teamgefüges und der Unternehmenskultur. Und das meine ich in dem Kontext, dass ich das Beispiel, was zum Beispiel auch in dem Artikel drin ist, ist ein super simples Beispiel, wieso die eine Person nicht genommen wurde. Ich kann da gerne nochmal nachlesen, aber nur, um das zu veranstalten, da ging es ganz einfach darum, dass in einer, in einem Lager oder in einer Werkstatt hat die Person nach der Arbeit die Werkzeuge nicht schön sorgfältig zurückgelegt in die Werkzeugkiste sozusagen, sondern hat sie einfach nur irgendwie hingelegt. Hingeschmissen war, glaube ich, der Punkt. Ja, aber die Idee war quasi, dass das Unternehmen oder halt die Führungskraft oder das Team, wie auch immer, hat halt allein aufgrund dieser einen Aktion sagen können, nein, das wird nicht passen. Und ich glaube, der Makion tut das dann relativ gut, auch im Absatz danach irgendwie ein bisschen weicher machen, dass es nicht so hart ist, dass, ja gut, er hat die Werkzeuge nicht schön zurückgelegt. Wie kann das sein? Aber der Sinn ist ja, also das ist ja eine Zwei-Stufe-Geschichte. Einerseits bedeutet das, dass das Team sehr genau weiß, was für Arbeitsprozesse für sie wichtig sind. Und auf der anderen Seite ist es ja eben genau der Sinn davon, dass wenn die Person diese Kleinigkeit, die für unser Team relativ wichtig ist, schon nicht schafft, dann wieso, also wie, was ist das Argument dafür, dass wir es weiter versuchen? Weil soll die Person dann alle anderen Sachen so überkompensieren, dass wir dann das Kleine vergessen? Also da geht es ja quasi darum, dass das ja längerfristig führt das nur zu negativen Sachen, wenn man diese ersten Kleinigkeiten schon ignoriert, sozusagen. Und deswegen geht es ja auch um dieses High-Slow-Fire-Fast, weil es ja um eine nachhaltige, nachhaltiges Teamgefüge geht und nicht nur um, ja, die Probezeit, die war toll und er hat so schnell gearbeitet und der Rest ist egal. Also das ist ja eine nuancierte Teamentwicklung. Ja, ich finde es extrem toll, wenn man als Team, dass diese Werte so für sich herausarbeiten kann oder vielleicht auch auf Unternehmensebene, dass man eben sagt, okay, für uns ist dieses und jenes wichtig und wenn du so offensichtlich zeigst, dass das für dich scheinbar kein wichtiger Wert ist, dann passen wir einfach nicht zusammen. Also das finde ich sehr stark eigentlich. Und ich wollte auch noch auf etwas hinweisen, was zumindest im österreichischen Arbeitsrecht der Fall ist. Man hat ja das sogenannte Probemonat und es wäre wirklich einfach eigentlich, jetzt aus einer rein technischen Formalie heraus, zu sagen, du, also schon nach der ersten Woche, nach der zweiten Woche, nach, oder am Ende dieses Monats, zu sagen, du, wir sind eben zu dem Schluss gekommen, es passt nicht. Und ich kenne aber eigentlich fast keine Situationen, wo das jemals irgendjemand getan hätte, was eigentlich interessant ist, weil du hast da wirklich ein tolles Werkzeug. Ja, wir haben da wirklich ein tolles Werkzeug an der Hand, was aber interessanterweise fast gar nicht verwendet wird. Ja, ich kann mich noch erinnern, das ist bei uns regelmäßig gekommen, dass wir beide immer wieder gemerkt haben, so stimmt, also eigentlich gibt es überall Probezeiten, aber was ist der Sinn davon? Also das war ja, also weder eine, das bringt weder der einen noch der anderen Seite eine Sicherheit, weil, ja okay, es wäre in der Theorie ein Probemonat, wo man quasi ohne Grund das Arbeitsverhältnis sozusagen kündigen könnte, aber das ist ja nicht, wäre ja nicht der Sinn der Sache, sondern es wäre ja eigentlich sehr wohl wichtig, auch schon in dem Probemonat den Grund zu wissen. Also wie du sagst, eigentlich ist das ein tolles Werkzeug, das man nutzen sollte eigentlich, um quasi, würde ich fast sogar sagen, beiden Seiten in der Entwicklung zu helfen. Wie wir es ja am Anfang schon gesagt haben, oder wie du das formuliert hast, das ist ja eine Persönlichkeitsentwicklung auch für die Person, die quasi diese, die Stelle nicht bekommen hat. Aber ich denke mir jetzt, gerade die Probezeit ist ja, das Schöne wäre ja dann, dass auch das Team selber oder das Unternehmen selber lernen kann, weil man ja dann eben, wie du es jetzt vorhin gesagt hast, man sich ja seinen eigenen Werten näher kommen kann oder bewusst werden kann. So wieso hat das denn nicht geklappt mit der Person? Ja, aber ich habe da jetzt noch zwei Ideen dazu, nämlich, dass halt auf der einen Seite dieses Firefast gerade, glaube ich, in Mitteleuropa sehr, wie sagt man, sehr verpönt, ist, weil das als unsozial gilt, was eben interessant ist, weil wir im Artikel ja auch mehrfach darauf hingewiesen haben, kann man das eigentlich als sehr sozial bezeichnen, weil wie unsozial ist es eigentlich, jemanden in einer Stelle und in einem Team zu lassen, wo er offensichtlich nicht hineinpasst, dadurch dann vermutlich auf Widerstände stößen wird, vielleicht auf Ablehnung stößt, unter Anführungszeichen ausgegrenzt wird. Also ich meine, das sind alles Gründe, die sehr negativ sind und sehr unsozial oder asozial, vielleicht ein besseres Wort, gegenüber der Person sind. Also das ist eigentlich mehr so ein, die Augen verdecken vor den Tatsachen, die einfach da sind. Und deswegen ist ja eigentlich sehr interessant, dass das bei uns so gesehen wird. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass man sich natürlich mit dieser schnellen Kündigung eingestehen müsste, okay, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht und dafür sind vielleicht nicht alle oder noch nicht oder so in der Lage, das einzugestehen. Weil es würde ja heißen, also ich habe den eingestellt und jetzt habe ich feststellen müssen, der ist nichts. Und in Wahrheit natürlich wieder wird es von Größe zeigen und zeigen, dass du es verstanden hast, worum es geht etc. Aber gleichzeitig sind wir da scheinbar in einer, wie sagt man, in einer Situation verhaftet, wo es vernünftiger ist, eben die Augen zuzumachen und durch, obwohl es für die Firma schlechter ist, obwohl es für die Mitarbeiter schlechter ist und auch für das Team, wie wir schon gesprochen haben. Ja, ist eigentlich ein interessanter Gedanke, wieso das nicht, also eben, ich sehe das nämlich auch eher als sinnvolles Werkzeug und das sollte ja in der Entwicklung weiterhelfen und nicht irgendwie diese negative Konnotation haben, dass, wobei ja klar, das ist ja diese Grund, die Grundeinstellung ist da ja schon ein bisschen daneben, wenn man sich das quasi nicht sagen kann, dass, uh, jetzt habe ich den Fehler gemacht und, uh, was ist dann, wenn ich den Fehler eingestimmen muss, weil, puh, wenn man auf der Ebene argumentiert als Führungskraft, dann hat man sowieso andere Probleme wahrscheinlich, die man vermutlich eher behandeln sollte und da ist quasi dieses Einstellen und Feuern von Personen das kleinste Übel, sondern man hat man ja konkrete, ähm, wie sagt man, konzeptionelle, äh, Issues wahrscheinlich, äh, in, in seinem Führungsverständnis, würde ich jetzt was sagen. Ich behaupte, es würde niemand so argumentieren, aber natürlich läuft der Prozess halt internen einfach im Kopf ab, sozusagen, denke ich schon, also, also unbewusst wahrscheinlich zum großen Teil, ne? Man will sich's einfach noch nicht eingestehen, äh, dass, dass das ein Griff ins Klo war, ne? Mmh, ja, ähm, ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, dass wir jetzt schon eigentlich viel über den Hiring-Prozess auch gesprochen haben, weil das ist ja das Schöne an dem Konzept eigentlich, dass da die, die Zusammenhänge klar werden von diesem gesamten Teambuilding-Prozess, weil es ja natürlich nicht nur darum geht, also ein Team aufzubauen, besteht sowohl aus Additionen als auch aus, äh, quasi Substraktionen, weil man muss ja quasi diese Teile erst richtig zusammensetzen und das ist eigentlich, ähm, jetzt haben wir schon ganz viele Dinge erwähnt, die natürlich auch in diesem Higher-Slow drinnen sind und, ähm, das Higher-Slow bedeutet eben genau diese Sinn, diese schon sinnvolle Idee von einer Probezeit, äh, zu nutzen, um herauszufinden, ob die Person in das Team passt und eben nicht sofort, ähm, tatsächlich der Person alles auch zu, anzuvertrauen sozusagen und, äh, und sie quasi sofort einzugliedern in alle Prozesse, wenn es noch nicht klar ist, ob es eben nachhaltig Sinn macht. Und für mich sind da, also, das ist wahrscheinlich ein Thema, das können wir oder werden wir sowieso noch öfter, ähm, besprechen, aber für mich fließt einfach immer mit, dass dieses Verständnis über die eigene Unternehmenskultur beziehungsweise das Verständnis von Teambuilding ist für mich die absolute Grundlage in sämtlichen Hiring- und Firing-Prozessen, wenn man das so möchte, weil wenn man das als Führungskraft oder als Unternehmen oder Team oder wie auch immer, ähm, nicht für sich selbst schon mal irgendwie, ich sag jetzt mal, philosophisch das Konzept klar hat, was ein Team sein soll, dann hat man keine Chance. Nämlich keine Chance, nachhaltig irgendwas erfolgreich aufzubauen, weil einfach die Grundessenz fehlt, anhand der man Entscheidungen trifft. Und das ist, finde ich, also, bei mir auch beim erneuten Lesen vom Artikel ist mir das immer wieder bewusst geworden, dass es, das ist der Kern der Geschichte, dass du, du musst einfach zuerst verstehen, für dich selbst, also, das kann, muss natürlich zuerst auf individuelle Ebene passieren, was für dich ein gutes Team bedeutet, welche Bestandteile hat ein gutes Team, welche Werte, eben wie du es schon gesagt hast, welche Werte hat dieses Team und so weiter und so fort. Dann kann man quasi weitergehen und sagen, okay, wie baue ich das zusammen mit anderen Menschen und so weiter und so fort. Und das finde ich eigentlich, ähm, ist für mich das Ganze durchgezogen irgendwie auch in dem Artikel wieder. Ja, ich glaube, du bist da auf der richtigen Spur und die Spur geht dorthin, dass du für dich strategisch entscheiden musst, möchte ich eigentlich den Besten nehmen, den ich gerade finde, so ähnlich wie das beim Football im NFL-Draft passiert, oder möchte ich sozusagen den, also möchte ich nur die Besten nehmen. Und das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Weil bei dem einen landest du dann immer wieder mal bei mittelmäßigen Mitarbeitern und da gibt es ein paar Leute, die ich jetzt leider nicht beim Namen nennen kann, die der Meinung sind, du darfst immer nur das absolute Top der Leute nehmen und nicht einfach irgendwelche Mitarbeiter, weil das einfach zu schlecht ist. Auch in dem Artikel ist ja ein Beispiel gebracht, wo ein Konzern oder vielleicht kann man bei 700 Mitarbeitern noch gar nicht vom Konzern sprechen, über eine Milliarde Umsatz erwirtschaftet, was komplett verrückt ist zum Beispiel und gleichzeitig aber eben auch darauf zurückzuführen ist vielleicht, dass dort halt wirklich gezielt immer nur ganz speziell Mitarbeiter ausgewählt werden. Und da gibt es ja ein paar Meinungen eben, ich habe mal einen tollen Podcast gehört, habe ihn leider nie wieder gefunden nachher, wo es eben genau darum geht, nur den Besten zu nehmen und dann stellt er das so ein paar Mal in den Raum. Naja, wenn ich jetzt den und den habe, wen nehme ich dann? Und dann war immer irgendwie so der Witz, ja, nur den Besten, nur den Besten, das geht anders nicht. Du kannst auch dauernd nicht in dein Unternehmen so investieren und die gehen immer zulasten des Teams, das geht immer zulasten der Gesamtperformance und zart einfach runter, um es so vielleicht zusammenzufassen. Ja, also ich meine, zwei Dinge sind mir da eingefallen. Das eine ist natürlich, wie du es jetzt gesagt hast, das ist ja eine Nachhaltigkeitsfrage. Wenn du nicht die besten, bestmöglichen Personen nimmst, dann ist es ja überhaupt nicht nachhaltig für dein Team und für dein Unternehmen, weil es sind eben nicht die bestmöglichen. Und das wird sich dann, wenn es nicht in der Probezeit, dann in dem ersten Halbjahr oder im vierten Quartal oder dann im zweiten Jahr wird sich das einstellen, dass du nicht die beste Person genommen hast, die bestmögliche. Und das andere ist, komme ich nochmal auf quasi meinen Anfangspunkt zurück, du kannst natürlich nur dann sozusagen evaluieren, was die bestmögliche Person ist, wenn du weißt, gegen welchen Standard unter Anführungsstrichen du die Person evaluierst. Weil das ist natürlich, das sagt sich natürlich jetzt sehr einfach in so einer Podcast-Folge mit so, ja, ja, nur die bestmöglichen nehmen und dann funktioniert alles ganz toll und du wirst nie Probleme haben. Aber natürlich die Frage ist, wie suche ich die Personen aus oder wie komme ich dazu? Und da sage ich nochmal, also es ist quasi, da muss einfach ein Standard zuerst da sein, gegen den ich das evaluieren kann. Und den Standard, wie wir es jetzt zuvor auch schon gesagt haben, den muss man selber entwickeln. Und dann findet man auch die bestmögliche Person, weil dann weiß man, woran man diese Person erkennen könnte oder wie man sie evaluieren möchte. Also das ist wieder klassischer Fall von Teambuilding und Unternehmenskultur. Also ich möchte ja wissen, welche Person da reinpasst. Und das kann ich nur, wenn ich quasi einen sinnvollen Rahmen habe, anhand der ich die Person aussuchen kann. Ich möchte mich da noch einmal in einem Argument versuchen für die besten, also für die beste verfügbare, also in Summe für die beste Person, weil nämlich wieder einmal Jordan Peterson ja auch schon oft erwähnt sagt, man kann sich nicht vorstellen, wie hoch die Effizienz von Personen sich steigern lässt. Also wie hoch effizient manche Menschen sind. Und das beobachte ich selber immer wieder im Umfeld und auch zum Glück bei mir selber. Es ist unglaublich, wie schnell man Dinge erledigen kann. Wenn man halt entsprechendes vielleicht Talent mitbringt, oft viel harte Übung und Training und dann sieht, was möglich ist. Und gleichzeitig rechtfertigt das, glaube ich, eben die Mehrkosten, die so ein Personal üblicherweise natürlich mit sich bringt. Aber der Punkt ist halt einfach, wenn der dann 15 Mal so viel weiterbringt wie jemand anderer, dann ist halt wahrscheinlich gerechtfertigt, ihm einfach mal das Doppelte oder das Dreifache dafür zu zahlen. Das ist ein relativ einfaches Beispiel, also Zahlenbeispiel. Und man braucht nicht verwundert sein, wie das Ergebnis dann nachher ist. Wenn man einfach immer Leute mitschleppt im Team, die in Wahrheit ihre Arbeit nicht so erledigen, wie das vielleicht möglich wäre. Da braucht man sich ja nicht wundern, wenn man nicht die großen Ziele erreicht dann hintenrum. Bisschen ein Rate jetzt fast ausgeartet. Aber ich glaube, es ist einfach ein ganz, ganz wesentlicher Punkt auf der Ecke. Was, glaube ich, auch noch wichtig zu erwähnen wäre, wenn man eben vielleicht diese konkret praktische Seite nimmt, nämlich wo ist der Startpunkt, wo kann ich damit beginnen, diese Evaluierungen zu machen oder zu verstehen, wie ich ein Team baue, dass es keine, wie sagt wir reden jetzt nicht von einem Unternehmen oder von Firmen, die 700 Mitarbeitende haben und irgendwie 15 Unterstufen mit auch noch Mittelmanagement und dann muss man die noch einstellen und dann vertraut man, dass die die Teams füllen und so weiter und so fort. Darum geht es gar nicht. Sondern es ist quasi, wie wir es immer gerne sagen, es gibt einen bestimmten Rahmen, der gilt quasi für alle Größen, weil es quasi grundsätzlich um ein Team geht. Und da kann man auch ein Team von nur vier oder fünf Personen nehmen mit einer Person drüber oder vielleicht zehn Leute insgesamt und die sind dann in zwei oder drei und anführlichen Teams geteilt. Das ist ja immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche, dass man verstehen muss, was möchte man selber für ein Team haben sozusagen. Und nicht nur irgendwie irgendwelche theoretischen, soll ich sagen, Träume, dass ja und das müssen wir machen, das müssen wir machen, sondern es muss quasi konkret klar sein, was der eigene Startpunkt ist. Und wenn es ein kleines Team ist, werden noch die gleichen Unternehmenskulturgeschichten wichtig sein, für die wir immer plädieren. Also es ist nämlich nicht automatisch, ich glaube, das wissen wir auch aus eigener Erfahrung, nur weil es ein unter anderem ein kleines Team ist mit drei, vier, fünf, sechs Personen, heißt das nicht automatisch, dass diese Kommunikationsstrukturen einfacher funktionieren. So wie wir das eben gesagt haben mit einer Basis von sinnvollen One-on-One-Gesprächen, die von der Führungskraft ausgehen, die sich aber dann weiter auswirken auf die Kommunikation zwischen den Mitarbeitenden. Das ist einfach immer größenunabhängig. Also es gibt kleine Teams, wo kein Mensch miteinander kommuniziert. Das heißt, da gibt es einfach keine, keine Regeln oder keine Unterschiede dafür. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, dass man diesen allgemeinen Rahmen wirklich durchblickt und auch für sich klar macht, in welchem man sich bewegen möchte. Ja, auf alle Fälle, ja. Also ich glaube, wenn ich dich richtig verstanden habe, es ist gar nicht so relevant, wie groß die Größe des Unternehmens ist. Das war sehr schön ausgedrückt. Aber dass es sowohl im Kleinen wie auch im Großen eigentlich gilt. Und man macht sich oft Sorgen, im Kleinen geht das nicht. Und ich hätte diese Worte eher aufmunternd verstanden, im Sinn von, man kann im Kleinen genauso agieren, wie man das im Großen kann. Weil im Wesentlichen wird sich die Teamgröße ja auch nie wesentlich verändern, hoffentlich zumindest. Also in einem Team besteht im Idealfall immer irgendwas zwischen zwei bis hoffentlich nicht über zehn Personen. Und damit ist dann egal, ob diese fünf Leute zum Beispiel, die du führst, halt unter sich dann nochmal 500 andere Menschen führen. Oder ob es halt sozusagen dann, dass schon die Mitarbeiter sind. Ich glaube, das macht gar nicht so viel Unterschied. Und ich glaube, man kann einfach nur den Entscheidungsträgern in dem Fall Mut dazu wünschen, zu erkennen, was es heißt, sich nicht vom Mitarbeitern zu trennen, sich nicht diese Fehler einzugestehen und einfach so weiter zu tun und zu glauben, das merkt vielleicht eh keiner. Und keine Sorge, es werden alle merken, dass du diese Entscheidungen nicht getroffen hast, dass du dich dagegen wehrst, sozusagen Fehler einzugestehen und dass das halt bei dir scheinbar so läuft, wie es halt läuft. Und dann wird sich jeder seinen Teil denken. Und das muss man halt zur Kenntnis nehmen. Wie wir immer sagen, man kann nicht nicht entscheiden. Auch sich nicht zu entscheiden ist eine Entscheidung, die man halt so gesehen dann trifft. Und wie immer, also die Konsequenzen folgen überall. Also es ist eben, wie du sagst, ja, jede Entscheidung ist, also jede Nichtentscheidung ist auch eine Entscheidung und alles hat quasi dann seine Konsequenzen und Auswirkungen auf die individuellen Personen oder halt auf die gesamte Gruppe oder Team oder wie auch immer. Also es bleibt nichts ohne Folgen, sozusagen. Und das ist ja auch vielleicht so ein bisschen schon in die Zusammenfassung gehend. Das ist ja genau die Geschichte, die ich zumindest gern nochmal aus dem Konzept oder aus dem Artikel rausholen möchte, ist, dass tatsächlich dieses Konzept von Unternehmenskultur ein zentrales ist, dass man das klar hat, auch für sich selbst auf individueller Ebene und auch sehr wohl das Teamgefüge in den Vordergrund stellt, vom Verständnis her, dass sowohl man selber als Führungskraft weiß, welches Team man haben möchte und das dann auch entsprechend natürlich schafft, rüberzubringen an die Mitarbeitenden, dass das ist ein Team, in dem wir gerne arbeiten wollen würden und dass man danach strebt, dass das quasi so die Grundlage ist. Und das fließt dann natürlich in alle Dinge hinein, weil dadurch, dass es ja ein Team ist, das zusammenhängt, hat jede Entscheidung auch Auswirkungen auf mehreren Menschen und mehreren Ebenen. Das heißt, das ist auch ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten. Es ist nie nur eine punktuelle Geschichte, die da geändert wird oder die etwas nach sich zieht, sondern natürlich auch zwei, drei Personen weiter, weil es ja die Idee eines Teams ist, dass man quasi irgendwie alles gemeinsam trägt sozusagen. Ja, auf alle Fälle. Ja, das war nochmal eine sehr gute Zusammenfassung der Situation. Ja, also ich glaube, damit haben wir ein sehr interessantes Thema eigentlich durch und ja, es ist, du hast vorher schon gesagt, wir sind immer wieder, landen immer wieder beim Hiringprozess und ich glaube, das ist einfach das Mittel zum Erfolg, weil nur mit einer guten Mannschaft, mit guten Mitarbeitern, die gerne bei dir arbeiten und sich wohlfühlen, glaube ich, dass du es schaffen kannst, halt deine Ziele, die du halt für das Unternehmen oder für den Bereich gesteckt hast, einfach zu erreichen. Gut, als Abschluss würde ich fast sagen. Ja, passt. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und auch Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.